Nein, geleistet haben sie noch nichts, aber schon Geschichte geschrieben. Als erste deutsche BMX-Fahrer haben Louis Bretthauer und Mike Bayer es nach Olympia geschafft. Und dabei sein in London soll längst nicht alles sein. Vor den ersten Rennen am Mittwoch bleibt Zeit für einen Bummel rund ums deutsche Haus in den Docklands. Oder vielleicht doch lieber rauf aufs Rad geschwungen und losgebraust? Die Leihfahrräder, die hier an jeder Ecke griffbereit stehen, sind fast 20 Kilo schwer und eher fürs gemütliche Radeln gedacht. Aber das ist Mike Bayer und Louis Bretthauer viel zu langweilig. Ja, mir macht es immer eigentlich Spaß mit dem Fahrrad irgendwie Blödsinn zu machen. Es geht auch ziemlich viel Material kaputt, aber den Spaß ist mir das wert. Und so sieht es aus, wenn die beiden auf ihren Sportgeräten in die Pedalen treten. Ziemlich basant. Unsere Fahrräder sind sehr leicht, also wir haben knapp 9 Kilo wiegende Fahrräder. Sie haben eben die 20 Zoll Laufräder, das heißt sie sind eigentlich von der optischen Erscheinung schon eher ein Kinderfahrrad. Aber die Fahrräder sind dann doch eher was für Mutige. Mit 60 Sachen geht's auf den BMX-Geschossen über die Strecke. Die ist bei Olympia 430 Meter lang und die beiden Deutschen zählen auf ihr nicht zu den Favoriten. BMX waren in Deutschland eben eine Nischensportart, in den USA ist das anders. Dennoch darf man ja Träume haben. Naja, man träumt natürlich schon irgendwie von der Medaille. Wir sind keine festen Medaillenkandidaten. Ich bin gerade 19 in der Weltrangliste. Ich will so weit wie möglich nach vorne fahren und die Top 16 auf jeden Fall erreichen. Und alles, was danach kommt, ist dann eben Kür. Natürlich wäre Finale oder Medaille unfassbar. Ihre letzte Chance auf eine Medaille haben die deutschen Hockey-Damen verspielt. Im Deutschen Haus schauten sie sich Ausschnitte des torlosen Duells gegen Neuseeland noch einmal an. Die Gesichter von Natascha Keller und Co. entsprechend lang. Sie spielen jetzt noch um Platz 7. Und auch die Stabhochspringerinnen konnten ihre Medaillenträume nicht erfüllen. Beste Deutsche Silke Spiegelburg untröstlich über ihren vierten Platz. Ein Medaillenkandidat, auf dem nun die Hoffnungen ruhen. Gewichtheber Matthias Steiner. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja auch Luis Brettauer oder Mike Bayer noch die Überraschung bei Olympia. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja auch Luis Brettau. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja auch Luis Brettau. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja auch Luis Brettau. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja auch Luis Brettau.